Ich denke, dass wir alle technischen Einrichtungen nutzen müssen, die es in Zukunft gibt, um Wasser zu sparen, um effizient mit Wasser umzugehen. Und das werden wir als Betrieb als Maßnahme immer umsetzen, weil Wasser ist mit das Wichtigste, was wir auf dieser Welt haben. Und das ist für uns sehr wichtig, dass das dementsprechend umgesetzt wird. Im Freiland verwenden wir Tröpfchenberechnung, die zusätzlich mit einer Düngerstation verbunden ist und mit Brunnenwasser gespeist wird. Kontrolliert wird das Ergebnis mit Tensiometern. Im Tunnel setzen wir Nutriflex Nutrifit ein, die zur Düngung und Ausbringung der korrekten und genauesten Ausbringung über die Fertigationsleitung gemacht werden. Der Wasserfußabdruck ist für unseren Betrieb sehr wichtig, gerade auch im Zusammenhang mit dem LEH, der dieses garantiert in Zukunft vermehrt von uns einfordert und dass wir das dementsprechend dann umsetzen. Und zukünftig ist es für den Handel garantiert genauso wichtig, wie die Qualität gegenüber dem Verbraucher, einen sehr positiven Wasserfußabdruck zu zeigen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017